so hallo zusammen hier ist wieder der sarge mit strife wir testen einen neuen champion und zwar ist es hier der kollege nahkämpfer tank midnight ist sein name ja und wir müssen mal schauen den habe ich erst einmal kurz gespielt müssen wir erst mal schauen was kaufen wir da da ich nicht das mana pad genommen habe werde ich jetzt eiskalt einfach mal den cake rushen so und dann schauen wir mal was holen wir uns denn hier für skills ja ich wäre kostet 100 absorb für drei seconds ok gut dann wollen wir mal loslegen hier schon lange nicht mehr gespielt was will die denn von mir her schön ja so geläuft es und den gedotscht alles klar so dann machen wir natürlich den kuh halt so ein shift kuh alles klar und dann ok schön geteilt ja wir müssen mal ein bisschen mana verbrennen und wissen leben wir haben da erhöhte regeneration die kümmern uns direkt auch jetzt mal nein es ist nicht ihr ernst dennoch machen wir natürlich kaum schaden ist ja klar ok so und dann machen wir den e damit haben wir schild der schaden ist real so ok also jetzt muss ich noch mal ganz kurz das durchlesen drei sekunden schild und kann ich gestunt werden ich werde schneller wenn die versuchen mich zu stunnen der macht halt noch irgendwie kein schaden erwischt junge erwischt genau so wir werden jetzt das hier mal als erstes durchspielen ja man ja man ja man so läuft es alter dann machen wir gleich mal ein alter was will der von mir dale ja 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 Glory by force! Ja man! Das war wieder... Super war das? Nein! 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 Alter! Nein! Jetzt komm schon! Oh alter! Na gut. Ah ok, das ist gut. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf irgendwie kaufen konzentriert. Vielleicht sollte ich mal langsam. Wir kaufen natürlich die Raketenstiefel. Das muss sein. Und als nächstes Ein bisschen tanky. So. Würde ich sagen. Sehr schön alter! So läuft das! Wir sind alive! Durch den Mana-Rack jetzt. Ok, das können wir auch gleich claimen. Und dann brauchen wir wirklich die Schuhe als nächstes. So was macht das genau nochmal? Ähhh... Achso ok. Nearby Enemies. Ok. Oh alter! Achso. Ehh... Die, die... Fokussion mich weg! Schatz! Boah, das nervt mich, dass ständig dieses Level-Up dazwischen funkt. Echt jetzt mal. Kann ich mir das schon bringen? Dann gib mal Gas da. Okay, das haben wir schon mal safe. Als nächstes kommen die Stiefel dran, Leute. Dann sind wir ein bisschen mobiler. Alter! Ich hab kein Mana. Na, jetzt komm. Okay, hätte ich Schild aktivieren können vielleicht. Ich hab echt schon wieder diese Mana-Probleme. Ach komm! Ist nicht ihr Ernst! Gut, wir brauchen noch einiges für die Schuhe. Oh, machen die bald ja? Nein, nein. Nein, nein. Oh, 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 die Katze! No gusto! Nein, nein! 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 Aber jetzt haben wir die Schuhe. Würde ich sagen, als nächstes gehen wir auf die Teufelsmarke. Dann noch ein bisschen mehr Tanki und dann Rock'n'Roll. So, dann hier natürlich noch ein Heiltrank und Judist. Okay, bisher lief das ganz okay. Ja, wir verhalten uns ganz normal wie ein Supportender Nahkämpfer. Wir versuchen ranzukommen. Wir versuchen zu stunnen, Schaden zu machen, auf einen zu lenken. Klassischer Off-Tank-Support. Ja, Schaden geht jetzt nicht durch die Decke, aber ist auch nicht wichtig. So, wir haben auch die Raketenstiefel. So, jetzt haben wir den anderen Tank in der Mitte. Genau, da hat er gleich mal eine Schelle gekriegt. Weiß er Bescheid. Ah, die Minions OP. Alter! Minions OP. Aber echt. Okay, ähm... Würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen mehr auf Skill. So, dann checken wir jetzt die Marke ab hier. Ja, das andere werden wir nicht schaffen. So, dann müssen wir jetzt mal hier hingehen. Komm, Leute. Da gehen wir jetzt mal hin. Und zwar... Brauchen wir da Hilfe. Ne, Leute. Na, kommt schon. Leute. So, kommt ihr jetzt oder was? Jetzt komm schon. Alter. Na gut, wir spielen halt gerade mit Bots zusammen. Das ist halt dann das Problem. Gut, wir haben gleich den Tower. Ich hab gleich die 2000 ready. Und dann wird weitergerockt. Oh oh. Alter, ja sicher. Jetzt kommt, da müssen wir mal hin. Leute. Alter. Dann geh ich doch trotzdem mal top jetzt. Ich bin zwar nicht so der Killer. Und nicht der Farmer. Aber unser Tower. Ich bin zwar nicht so der Fall. meine herrn schon wieder aufgelevelt da machen wir die ulti und jetzt können wir uns die marke hernehmen sehr schön leider nicht ganz ach komm ist das dein ernst ist das sein ernst das war mal ein teamfight außen nichts haben wir eigentlich ganz gut gemacht so wie schaut es aus mit dem item 1400 brauchen wir wir müssen dringend bald hier machen was denn da los jetzt jetzt kommt schon hier leute das gibt es echt nicht das gibt es doch gar nicht die gehen alle dran vorbei ist das ihr ernst anscheinend ja ich kann nicht mal ich mache weder den schaden noch halte ich es aus halt oder sind schon wieder zu zweiter am start da gehe ich doch lieber mal weg dieses dann kann ich dort schon so läuft es schießt er den und die habe ich trotzdem nicht verstanden engwerter gar nichts ausgelöst das ist schon wieder nach dieses ständige aufleveln echt so jetzt kommen wo ist er versucht er vielleicht den bald hier der ist hier nicht ab so läuft es dann kommst du nicht jetzt kommen das lassen sie mal machen hier kommt keiner mit echt ich werde wahnsinnig na gut unseren job machen wir eigentlich ganz gut soweit alter was geht hier ab so ich habe einen haufen geld wollen wir doch mal schauen was wir damit jetzt machen natürlich das hier dann unsterblicher blick und perfekt dann wird gleich mal her das holen wir uns auch auf jeden so und weiter geht es immer schön vorauslaufen ganze schose einkassieren dann läuft es auch ok wir brauchen 2000 für das nächste item wo sind sie denn alle her junge sehr gut so läuft das schöner schild das war der ulti sehr schön läuft soweit würde ich sagen das will natürlich kein mann mehr lauf ich da jetzt mal hin echt wir haben nicht ein einzigen gemacht das kann nicht wahr sein soll ich dir jetzt alleine machen oder was soll ich soll ich ok wir haben für 2000 können wir das dicken schon mal einkassieren und dann machen wir auch schon ganz gut schaden gut kommen fangen wir mal an ok der schild bringt irgendeinen scheiß ja das schaffe ich natürlich überhaupt nicht aber es hilft mir auch keiner vom zum team ich werde eigentlich in teamfels gebraucht dann werde ich mal wieder zum team gehen ok alles klar das läuft 1000 oh na also das können wir uns direkt einkassieren bringen lassen so und raus weg lass mich in Ruhe alter lass mich in Ruhe auch irgendwas hat mich da gerettet sehr gut der bait der bait ist real aber ich habe ja sowieso unsterblicher blick ab aber ich habe kein mana für place jetzt super so dann wenn wir jetzt mal direkt home gehen weil das war jetzt ganz schön heftig so unsterblicher blick haben wir nächstes item könnten wir eigentlich mal auf damage gehen oder so das ding hier vielleicht oder vielleicht das ding hier ne das ding grafen wir uns grundverlangsamung ja weiterer pluspunkt für die fürs team aber wir müssen unsere aufgabe ja wahrnehmen jetzt kommt noch einmal bitte echt einmal weiterer 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 n alter so jetzt werden wir gucken was wir noch catchen können hier Oh Ja komm Schön, schön, Alter Das war echt nice So Mal gucken, ob wir noch Plays auspacken können Oh, weg, ich bin weg Ja nice Nice, Alter, nice Natürlich kein Mana mehr Ist ja klar Aber Oh Ausgewichten, Bitch Oh, ich bin nochmal weg Schön Schön Alter Good Play So Dann wollen wir mal gucken, was können wir uns jetzt noch leisten Oh ja, die beiden und das direkt kaufen, alles klar Los geht die wilde Fahrt, bald haben wir full Build, dann hauen wir nochmal Mana dran Oh Ich bin weg Mit der will ich mich nicht unbedingt anlegen Würde ich aber machen Würde ich glatt machen und werde wahrscheinlich dabei sterben So Und dann rauf auf den Oh Schön So läuft es Dann haben wir das Ding jetzt auch beendet Wahrscheinlich Ja Ja, das war Midnight Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was der kann Hat Spaß gemacht Bis dann, tschüss 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 Bis dann, tschüss